Das Mäxchen hat sich ein Video gewünscht. Da gehen wir rein. Wenn sich das Mäxchen ein Video wünscht, dann erfüllen wir... Einmal im Monat erfüllen wir dem Mäxchen einen Wunsch. Weil er ist nämlich großer. Piranha-Fan. Und ihr wisst, ich bin natürlich auch Piranha-Fan. Gehört ja zu meinen Lieblingstieren. Und hier geht es um einen Piranha, von dem ich tatsächlich noch nie gehört habe. Ich habe noch nie vom Mega-Piranha gehört. Ich habe selber schon... Habe ich Piranhas mal im Aquarium gehalten? Nee. Habe ich im Aquarium gearbeitet, wo es Piranhas gab? Ja. Habe ich jemals Piranhas gefüttert? Ja. Habe ich mal ein Piranha geangelt? Ja. Ich habe sogar mal einen Mega-Piranha gefangen. Einen Pacu. Ein Großteil meiner Familie lebt ja in Brasilien. Und wer das nicht wusste, weiß es jetzt. Und wir sind dort angeln gefahren, als ich da war. Wann war denn das? Da war ich 16, 17 oder so. Und mein Vater und ich sind mit meiner Familie dort angeln gefahren. Und ich habe das erste, was ich gefangen habe, in der Nähe des Amazonas, war also Rute ausgeworfen, Stahl vor Fach, so ein halb Faust großes Stück Leber. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Tier ist es so lange her. An einem großen Haken da ins Wasser. Das dauerte keine 10 Sekunden. Bupp. Fetter Drill. Und dann hatte ich einen Pacu. Und den haben wir auch gegessen. Pacu, müsst ihr mal googeln, ist ein Piranha-Verwandter. Der sah so krass aus. So, what if Mega Piranha didn't go extinct? Was wäre, wenn Mega Piranha nicht ausgestorben wäre? The power of their body and the force of their jaw compression is enough to instantly bite off part of the flesh from a human leg or gnaw at the bones of a chicken. Okay. Piranhas. Piranhas. Alter, was ist das für ein geiles Bild, ey, überhaupt. Sofort tätowieren lassen. Was wissen wir denn überhaupt über normale Piranhas? Also es gibt heute noch Piranhas. Der berühmteste ist der rote Piranha. Den seht ihr ja ständig im Aquarium irgendwo rumhocken. In jedem zoologischen Institut, in jedem botanischen Garten leben die Piranhas im Tropenhaus. Irgendwelche Restaurants haben immer die Piranhas da schwimmen. Und wenn man seinen Finger reinhält, dann ist er sofort bis auf den Knochen abgefressen. Quark. Das wisst ihr, Piranhas sind überhaupt nicht gefährlich. Der sieht aus wie ein Paco. Das, so sieht ein Paco aus, den ich schon mal geangelt habe. Ist mal ein Mega Piranha. Ein Karpfengröße. Also ein normaler Piranha ist vielleicht 20 mal 22 oder 23 Zentimeter lang. So sind die größten, die ich bis jetzt gesehen habe. Maybe 28, okay? Mal 5. Über einen Meter. Das ist krass. Das ist echt krass. 80 times heavier. And their bite force was more powerful than that of the largest lion. Ha! Lion, Alter. Wie ist diese gale Stelle? Nee, komm. Guckt einfach den Film The Other Guys. Es gibt eine wunderschöne Stelle, wo Will Ferrell Mark Wahlberg eine einschenkt, der nämlich sagt, Mark Wahlberg sagt, ich bin ein super krasser Löwe und du bist ein verdammter Loser Thunfisch. Ich würde dich sofort essen. Und Will Ferrell sagt, ach ja, du bist ein Löwe und du würdest mich und meine ganzen Thunfischfreunde angreifen. Ich glaube, du hast eine absolute Macke. Wir sind mehr als ihr. Wir sind ein ganzer verdammter Schwarm. Und wir würden uns Kiemen bauen aus Algen, mit denen wir, oder Breathing Apparatus, Atmungsmaschinen aus Algen, mit denen wir an Land auskommen können. Ein, vielleicht zwei Stunden, aber das ist genug, um dich und dein ganzes Löwenrudel platt zu machen. Denn wir sind im Schwarm. Wir arbeiten als Team. Also kommen wir nicht mit scheiß Löwen und ich liebe diese Stelle. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Löwen sehe und Pirahas. Geil. Wie lange dauert ihr alleine mit so einem Monster? 10 Millionen Jahre vorhin, die Megapiranha konnte, dich auf dem Spot. Seine Länge, von der Kopf zu der Oberfläche, könnte bis zu 128 Zentimeter erreichen. Holy Scheiße. Und seine Wicht hat 80. 80 Kilo Piranha. Junge, so schwer wie ich. Krass. Also ein fleischfressender Fisch mit so einem Gebiss, der 80 Kilo wiegt, ist eher so mittel. Da würde ich nicht im Amazonas warten gehen vor 10 Millionen Jahren. Das siehst du ja auch schon bei den heute noch lebenden Piranhas. Pure Muskeln. Das sind jetzt Knochenfische, aber sie sind überhaupt nicht knochig oder irgendwie fischig, sondern die sind wirklich wie so Off-Roids halt. Move actively and sharply in the water, making lightning attacks. Its main weapons were powerful jaws. Alter. Holy shit. Das sieht ja fast aus wie bei einem Hai. Ich habe übrigens auch hier ein Piranha stehen. Wo habe ich den denn her? Wo habe ich den denn her? Hat mir mein Vater mal mitgebracht? Weiß ich gar nicht. Das Tier ist 35 Jahre alt oder so. So ein präparierten Piranha. The teeth had a triangular strong base, which allowed it to bite through shells. Gelbwagen, Schmuckschildkröte. The bite force of the Megapro... Also eine Schildkröte durchbeißen, das schaffen normalerweise sonst nur Tigerhaie. Aber krass. Holy fuck. Fast 5000 Newton. Das ist wirklich eine Wahnsinnsbeißkraft. Da lacht sich der Piranha gegenüber dem Löwen. Auf jeden Fall hardcore tot. Das ist Niveau weißer Hai. Krass. Alter. Lächerlich, ne? Nochmal ganz kurz zurück, wie so eine Lioness. Mit so einem GPS-Sender aussieht. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht mag. Ich finde das einfach... Die Daten, die du rauskriegst, ja, meinetwegen. Aber wie sich das Tier fühlt mit so einem angehefteten GPS-Teil, was da ständig baumelt, das finde ich nicht. Aquarienaufnahme. Spricht über den weißen Hai, ja, und zeigt einen Sandtiger. Naja, diese Vergleiche sind durchaus etwas trashig, aber sie zeigen, okay, der Megapiranha war ein krasser... Ich muss der wegpiepen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Megavekker. Ah, geil, ey. Da bist du der krasseste Hecht im Karpfenteich und bist mega shy. Wieso das denn? Die erzählt doch keiner irgendwas. Wieso ist denn der Megapiranha mega shy? Das ist doch Quatsch. Arbeiten im Team. Aquarien. Es gibt ja auch so geile Horrorfilme, ne, mit Namen Piranha, wo dann immer so B- oder C-Klassen-Schauspieler über den Amazonas fahren, auf irgendeiner krassen Suche von irgendwas und dann von Piranhas gefressen werden. Es ist so geil, ey. Und so, from the back, the Megapiranha-Attacks were a theatrical performance. Der, 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 okay. Erst einkesseln, verunsichern, weil sie sind ja scheu und dann... Hand ab! Boah, Alter, so größenvergleichsmäßig. Auch ein harter Knochen, ey. This bite was a test signal for the other fish, which made it clear, how dangerous the potential victim was, and whether it was possible to launch... Okay, also der am wenigsten Scheue geht als erstes ran. Ist wie die Hammerhaie, wo der erste rankommt und abcheckt und sagt, jetzt könnt ihr alle rankommen. Der tut euch nichts. Aha. Hier sagen wir auch, der tut euch nichts und dann, dann fressen wir dich. Alles klar. Gibt's ja auch hunderte YouTube-Videos, ne, wo Leute irgendwelche Tiere an Piranhas verfüttern, lebendig und so. Bin ich kein großer Fan von. Finde ich beschissen. Muss ja nicht sein. Und du kannst sie ja auch mit schönen kleinen Fischfutter füttern. Oder kannst da ein bisschen Tofu reinwerfen. Fressen die auch. Leicht übertrieben. Leicht übertrieben. Neu, der kann. Neu, der kann. Schönes Trash-Video. Danke, Max. Aquarium. Stronger Senses than Sharks, das, 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 das muss man aber erstmal, wo steht das denn? Das muss erstmal bewiesen werden. One drop of blood per 75 liters of water. Blood and noise. Das ist ja lächerlich. Also ein Hai spürt einen Tropfen Blut in einem scheiß Schwimmbecken, in einem Olympia-Schwimmbäcken. Schwimmbecken, das ist ja, das ist ja. So ist es. Ey, und ich finde moderne Piranhas, ne, wenn man die so sieht, ich finde die schon geil, ey. Und ich würde gerne mal im Amazonas tauchen gehen. Ich war bisher im Amazonas immer nur schwimmen, aber ich bin noch nicht getaucht, weil das Wasser immer so trüb ist. Man sieht ja nichts. Und da habe ich mir auch schon oft eingeschissen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man im trüben Wasser im Amazonas schwimmt und ich habe da mal meine Sonnenbrille verloren und bin so runtergetaucht zwischen so Wurzeln und so, besteht immer die Angst, du greifst in eine Anaconda auf einen Zitteraal oder in einen Piranha. Diese Angst begleitet einen da. Die ist natürlich völlig unbegründet, aber kein Piranha-Schwarm der Welt wird sich fressen. Es sei denn, du hast schon eine andere schwere Verletzung. Du, ich hätte eher Angst vorm Peniswels. Googelt mal den Penisfisch. Statistik sagen, dass keine fatalen Beispiele von Piranha-Attacken gesammelt wurden, aber isolierte Beispiele passieren ziemlich oft. Der berühmte Biologer Herbert Axelrod hat mit seinem Beispiel gezeigt, dass Piranhas nicht gefährlich für Menschen sind. Er schüttelte füllen Fische in einen Pool und dann schlugte sie mit ihnen. Ja, Wahnsinn. Also ein paar Piranhas in einen Chlorpool werfen und sagen, die fressen mich nicht. Das scheint ein sehr berühmter Biologe zu sein. Im gleichen Programm hat der Wissenschaft ein Verletzung aus den 70er Jahren. Back then in Brazil, a bus with passengers slid into the Amazon and the people inside were eaten alive by Piranhas. He even managed to talk to eyewitnesses. The bus fell into shallow water. This could provoke a Piranha-Attack in order to protect their offspring. Imagine that you were sailing on a ship on the Amazon River and suddenly your transport started to sink. The noise of the shipwreck and the cries of the drowning would definitely attract Piranhas. Flocks of fish would surround you from all sides. If you were injured, you'd probably be dead. Sofort tot. Piranhas would instantly sense your blood and identify you as easy prey. Water would boil around you. Ah, das ist so schrecklich. Ich möchte es gar nicht weiter gucken. Ah Gott. Der Megapiranha. Was ist denn jetzt hier mit dem Megapiranha? Jetzt sprechen wir hier über Busfahren. Das ist so krass. Das ist so unglaublich trashy. Aber es macht ja auch ein bisschen Spaß. Bites would follow. If you weren't injured, you would have a chance to survive. The main thing would be not to panic. Not create unnecessary noise and get out of the water. Du hast ja auch bei der ganzen Geschichte eine Schwimmbeste an und da ist immer eine Pfeife dran. Falls die Piranhas kommen, ist es ganz wichtig, ordentlich laut zu pfeifen. Das schreckt die ab. Besonders Megapiranha erinnert euch, der ist nämlich sehr schüchter. Soon as possible. And when you found yourself on the shore. Dann wirst du vom Jaguar gefressen. You might think that nothing could save them from the deadly fish. But Piranhas aren't at the top of the food chain. And they have enough enemies that could disperse the hungry flock. Ah, du musst dich mit den Feinden der Piranhas zusammentun. Das ist gut. Das wäre dann in dem Fall Kaimane. Jaguare, Anacondas. Und ich würde immer einen Capybara im Team haben. Die sind immer gut fürs Team. Oh, ihr braucht natürlich noch einen Boto, einen Flussdelfin, der hier gerade einen schönen L-Welt in der Hand hat. Ist das L-57? Komm Aquarianer, schreibt es unten rein. Herons, auch geil. Kormorane, auch geil. Ah, ja, geil, mata-mata. Sehr geil. Schnappschildkröten. Their weight can reach 15 kilograms and their length up to 40 centimeters. Sehr geile Schildkröten. Wunder, wunderschön. Ganz oft illegal gefangen für den illegal pet market und dann auch nach Deutschland exportiert. Also wer so eine Schildkröte in Deutschland hat, der braucht Papiere. Da wird es schwierig. Jean-Michel Christot dives with the mata-mata. Echt geil, ey. Wunderschönes Tier. Wunderschön. Das ist doch keine Schlange, das ist doch eine Blindschleicher oder was? Alter, wir wissen doch, dass Blindschleichen keine Schlangen sind. The mata-mata also has a very wide mouth. This allows it to immediately grasp the whole fish with no chance of it getting free. Schön animiert auch. Riecht geil. Also, piranhas are regularly caught by fishermen who sell them to local restaurants. Ey, ich hab, äh, das ist nicht veröffentlicht. Vielleicht kommt das noch. Es gibt eine Szene, wo ich über den Fischmarkt laufe in, war das Indonesien, Jakarta, weiß ich nicht mehr. Äh, ja, könnte sein. Und es gibt überall Piranhas zu verkaufen. Also, überall kann man Piranhas kaufen. Und dann hab ich gefragt, sag mal, warte mal, falscher Kontinent. Asien, gibt's keine Piranhas. Ja, die importieren wir aus Südamerika. Ihr importiert Piranhas aus Südamerika, damit man die in Asien verkaufen kann. Ist schon hart. Aber sie schmecken gut. Also, der Paku damals hat sehr, sehr gut geschmeckt. Piranha is a meaty piece of protein that can be used to make soup or be grilled on a banana. So sah mein Paku, den ich gegessen hab, auch aus. And a leaf with tomatoes and lime. Mit Tomaten wirklich besonders gut. Und Zitrone empfehle ich immer genauso. Being completely eaten by Piranhas is only possible in extraordinary cases that have not yet been officially recorded. Bullshit. Ich würde gerne mit Piranhas mal tauchen gehen in den kristallklaren Gewässern des Pantanals, um sie zu filmen. So ein riesengeiler Piranha-Schwarm. Schade, dass es Mega-Piranha nicht mehr gibt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das interessant fand. Das war eher ein Video im Unterhaltungsmodus aus der Reihe Trash-Videos. Aber komm, wir haben gelernt, dass es ein Mega-Piranha gab. Das ist ja schon mal was wert. Mit dem kann man sich mal beschäftigen. Mit dem Mega-Piranha.